Er kriegt diese Formchen, ne? Das kann jetzt nicht wahr sein. Wie geht die denn? Hallo? Ey. Wie geht das jetzt auch wieder nicht? Das kann man jetzt nicht sein hier. Bist du weit weg? Ja. Okay. Ey, wie mache ich denn jetzt hier diesen... Oder kann ich das auch einfach aus denen vormachen hier? Wie geht das auch? Ich glaube, das müsste eigentlich auch gehen. Aber wieso das jetzt nicht geht, wundert mich gerade. Ah, das geht nur mit Stone. Okay. Machen wir das so. Geht das dann wahrscheinlich auch nur mit Stone? Ne, das geht auch ohne. Okay. So, und das andere war eine Tool Rod, glaube ich. So ein dünnes Ding. Knife Blade. Ne, gibt's denn hier... Das kann ich hier lang so drauf zugreifen, ey. Mann. So, jetzt. Gibt's hier denn so ein... Da ist es. Tool Rod, ja genau. Sieht hier nur anders aus. Tool Rod, zack. Ne, das war falsch. So. Geht das vielleicht auch damit? Ja. Tool Rod. Und jetzt brauchen wir noch einmal die Large Plate. Es geht das wieder nicht, weil das so muss. Ne. So. Ne. Ey, ich fühle mich gerade schon so ein bisschen knackt. Wieso geht denn das jetzt nicht? Es geht nur manches Aluminium, ne? Ja, ich krieg das gar nicht hin. Okay. Ich habe jetzt diese Holzform und mache jetzt gerade aus den ganzen Dingern da so Stein-Dinger. Okay. Also das ist ein Stein-Tool Rod und so. Aber selbst das geht nicht. Hm. Ne, es geht nicht. So, jetzt brauche ich noch einmal so eine Stone Large Plate. Ich habe es eben gerade ja auch schon einmal gemacht, aber ich kriege es jetzt irgendwie nicht ein zweites Mal hin. Das kann doch gar nicht sein. Ach so, da brauche ich wahrscheinlich mehr als ein Stein führen, ne? Ich habe hier zufällig noch einen. Vielleicht reichen zwei, ja. Ne, brauche ich drei. Acht. Ach so. So ist das. Ich brauche acht Steine. Okay, habe ich mir ein bisschen verschätzt. Wahrscheinlich geht das so noch nicht mal, wie ich das hier machen will. Mal schauen. Ansonsten muss ich das einfach mit der Spitzhacke machen. So, drei reicht auch noch nicht. Mal gucken, haben wir vielleicht noch irgendwo Stein hier. Stein, Stein, Stein. Hier haben wir noch Steinwerkzeuge. Aber so wie es aussieht, leider... Guck ich denn hier überall nach, hieß das. Hier ist es ja sowieso nicht. Wenn, dann ist es hier. Aber hier ist auch kein Stein. Doch, ein Stein ist da. Aber hier ist auch keiner. Okay, okay, okay. Da, da, da. Aber langsam wird es hier. Ich hoffe mal, das klappt. Sieben, das heißt, einen bräuchte ich jetzt noch und da ist er. Ja, okay. Stone Large Plate ist die zweite fertig. Und jetzt müsste es klappen. Ich habe drei Inscriber Presses gefunden. Geht nicht. Warum geht das jetzt nicht? Inscriber Silicon Press, Inscriber Calculation Press und Inscriber Logik Press. Okay. Wieso geht das nicht? Ich habe jetzt hier von allen so Stein Sachen gemacht. Also Stone Large Plate, Stone Tool Rod und so weiter und so fort. Wenn ich dann auf den Hammer klicke, geht es nicht. In der Tool Forge. In der Tool Forge. Ja, weil da kannst du, glaube ich, nur Sachen craften mit, äh, äh, mit geschmolzenen Sachen, ja. Äh, dann musst du das machen. Bin ich zu doof für. So, ich habe das nochmal alles da reingepackt. Mache ich das mit der Spitzer, gay. Ist ja auch kein Problem. Okay. Zack. Da, da. Okay, dann kommt hier schon der Harvester hin. Damit wir so einen kleinen Überblick hier haben. Äh, Harvester. Genau, Harvester kommt hier hin. Ich glaube, der ist jetzt falsch, oder? Ne, doch, ne. So, dann kommt da ein Upgrade rein. Energie kommt hoch. Work, idle, sheo leaves, small shrooms. Alles klar. Äh, Fackeln habe ich jetzt. Doch, aber ich habe alles dabei für Fackeln. Achso, doch, da wäre noch wer hier gewesen. So, gut. Äh, dann baue ich hier mal kurz alles ab. Weißt du, was für eine Range der hat der Harvester? Ähm, das kommt drauf an. Die Iron. Ja. Ich glaube, 5x5, wenn wir aber nicht die haben. Kann man das irgendwo sehen? Achso, 4 steht hier. Rios 4. Ja. Das heißt, 4 Blöcke von ihm weg, ne? Ja. Also, rechts, links, 4 und nach vorne 4, denke ich mal, ne? Ich glaube, ja. Also, hier nochmal. Machen wir mal hier 3 und hier 4. Und dann überall nochmal einen runter. So, und da hat die nochmal weg hier. Okay, der hat Energie. Jetzt muss ich hier alles mal mit Sand, äh, mit Erde auslegen. Endlich Sandstein gefunden. Kann man sich auch herstellen? Ja, ich habe ihn jetzt aber gesucht und gefunden. Achso, ich brauche jetzt noch Wasser, natürlich. Äh, zack und zack. So. So. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwo nochmal ein Wasserloch machen. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Da. Zack, das ist dann für die Seite. Wollen wir noch ein zweites Wasserloch für die. Äh. Und ich weiß nicht, dann müsste es eigentlich schon reichen. Uppsala. Upps, jetzt habe ich hier Wasser vor der Tür gesetzt. So, jetzt. Na, komm. Ey, wir haben aber auch viel Eisen, ne? Ist unglaublich jetzt. Ja? Ja. Ja. Naja, gut. Haben wir auch Erzferdoplau, ne? Ja, trotzdem. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel überhaupt brauchen. Ja, doch brauchen wir eigentlich schon, glaube ich. Allein schon für NIO brauchen wir noch sehr viel Eisen. Ja. So. Mal gucken, vielleicht reicht das ja schon. Ich habe einen Vulkan gefunden. Oh, nicht schlecht. Ein aktiver, oder? Wie kann man sich das vorstellen? Ein schwarzer, riesiger Berg mit einem Block Lava. Ah. Schön. Mensch. Wundervoll. Da will doch jeder wohnen, oder nicht? Ganz doll. Ne, er bringt halt Basalt, ne? Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da müssen wir nur einmal runter in die Mine und dann hätten wir alles. Ja. Aber so müssen wir nicht runter in die Mine, ne? Richtig. So. Harvester. Wenn wir den jetzt hier stehen haben, kann ich ja hier eventuell das Kabel langlegen, legen. Beziehungsweise die Transfer Note, die die Sachen dann hier drüben in die natürlich schon bereitgestellte Iron Chest packt. Ah, da ist natürlich Wasser. Super. Und jetzt ist es weg. Sehr gut. Okay. Okay. So. Ich bin der Meinung, das müsste so jetzt funktionieren. Er pflanzt zwar noch nicht automatisch an, aber müsste automatisch abernten. Wenn ich jetzt nicht noch irgendwie was einstellen muss. Hier steht empty, 0 von 4000 MB. Was ist das? Muss ich hier irgendwie noch was reinpacken, oder sowas? Hm. 1000 Millibuckets sind ein Eimer, äh, Flüssigkeit. Ja, aber was für eine Flüssigkeit muss denn in den Harvester rein? Was steht vor dem MB? Empty. Mehr nicht. Dann vermutlich Wasser. Oder sowas. Ja. Oder sowas. Na, ich versuche es mal mit Wasser. Mal schauen. Nehme ich gleich nochmal was mit. Da um ist mir so. Weil ich meine, der wird mit Kohle beschrieben. Mit Kohle. Aber ich denke, der kriegt jetzt aber auch schon Strom hier durch, äh, durch die Windkraftanlage. Ach so, das kann, ja, das kann sein. Ja, Wasser kann ich nicht reinpacken. Okay. Da kommt das upgrade rein, das funktioniert ja auch. Ja, das ist mal schluss. Empty. Nee. Ich meine, ich will einmal kurz Knochenmähl oder versuche nochmal. haben wir hier irgendwo noch hier da hier ja der kiste und briggs haben wir die ja hier aber keine richtigen damals nur ich meine ich meine ach so ne die haben wir nicht mehr ziele hast du noch ein zwei knochen vielleicht ok dann gehe ich raus ich begebe mich in den kampf wird sterben zwölf mal in folge so moin jungs würde ich gerne einmal alle umbringen ja gut da ist eine spinne von der wollte ich jetzt eigentlich nichts wissen da ist noch eine spinne ich will aber skelette haben keine spinnen da ja da ist nicht getroffen ja wahrscheinlich ja wahrscheinlich da ist ein baby zombie auf dem huhm drauf ja hattest du es auch schon mal ja krass ich nicht standard so zwei creeper sind jetzt gefokust an mich drinnen rein so was ist das oh shit der hat ne volle rüstung an ne denk nicht dass du mich drücken kannst super knochen konnte ich bis jetzt noch nicht einsammeln weil kein platz da war ja der interessiert mich nicht hier vorne müssen jetzt nur